Meine Verehrung. Alles schwarz. Mal was anderes, ne? Franz, haben wir noch andere Farben, oder was ist das jetzt? Schwarz-Weiß? Ja, es ist ja alles schwarz-weiß derzeit. Irgendwie kommt mir vor. Ja, dann sorg für ein bisschen Licht und Farbe. Ich bringe dir Erleuchtung. Hallo! Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben Gaudi und Heckmeck. Trotzdem möchte ich etwas Ernsthaftes erwähnen. Wir haben nämlich nach den letzten Videos tausende Zuschriften bekommen von besorgten Menschen, die sich fragen, was ist denn los mit ihr? Wo ist sie denn, die Gitarre von Machacek? Und die klassische Graue, die Graue Madame, wie ich sie nenne, liebevoll, ist, ihr geht es gut. Sie ist auf Kur, sie ist beim Chiropraktiker, lässt sich die Wirbel einrenken und überhaupt eine Frischzellenkur, damit sie nachher die nächsten Jahrzehnte auch wieder treu auf der Bühne klimpern kann. Und währenddessen haben wir hier die Jacket-Rode, damit wir weiter Musik machen können im Studio. Ein bisschen üben, uns vorbereiten auf den großen Tag. Der wird nämlich kommen. Und eins wissen wir fix, wir werden heuer noch einmal auf der Bühne stehen. Und da bereiten wir uns gerade vor und dabei singen wir noch ein kurzes Lied für die Graue Madame, die nämlich nach der Kur hat sie gesagt, kommt sie nicht gleich zurück, sondern sie geht noch ein bisschen auf Urlaub. Macht Urlaub in Wien. Urlaub in Wien. Das ist Urlaub im Herzen. Urlaub in Wien. Wenn er da kann ich sein, wie er ich bin. Schicken Sie den Stress auf eine Reise und sagen Sie komm schon noch, wenn es mir mal passt. Erleben Sie auf Wiener Ort und Wäse, wo es gemütlich wirklich heißt. Entspannte Tage und bis bald. Baba. Tschüss Baba.